Hier sind wir vorhin lang gegangen, gehen wir mal hier lang, hinter das Haus. Aber ich befürchte, hier ist auch nichts. Oh, Kohle, nehmen wir mal mit. Wie viel Kohl haben wir eigentlich wieder? Och, ja, fangen wir jetzt den dritten Stack schon wieder an. Ist ja nix. Hmm, da geht's auch nicht weiter, da ist auch nur so ein Gang, der hinten endet. Aber dafür gibt's hier noch Kohle. Ja, Kohle wird's dir in Zukunft erstmal nicht mangeln. Nee, ich bezweifle es, dass es mir daran mangeln werden könnte, oder so. Aber wir finden echt arg wenig Diamanten, ne? Ja. Drei Stück haben wir ja bis jetzt, ne? Insgesamt haben wir drei Stück, genau. Du hast einen bei dir in der Tasche, ne? Und in unserem Lager... Und Schleimbälle hab ich sechs Stück. Ui! Ja, von diesem Slimy, von dem Fetten. Ähm, ich hab wieder einmal Reit gefunden übrigens, ne? Okay. Also das soll ja wohl sauselten sein, aber das finden wir wie hier, ne? Wie Heu am... Wie Heu im Kuhstall. Okay, das war echt ein scheiß Vergleich. Ne, bisschen... Wie Heu am Strand. Wie Sand am Meer. So. Ah, ah. Ah, kommt los mich rein. Komm, dann legen wir schon mal hier ein bisschen wieder was ab. Ähm, den Moral können wir weglegen. Den Copystone nehmen wir hier. Und hier noch Copystone, nur. Ähm, nehmen wir... Tun wir die Erde mal wieder weg. Bisschen von dem... Von der Kohle können wir wegtun. Letztes Mal können wir wegtun, haben wir wieder ein leeres Inventory. Machst du'n da? Einen Block reingesetzt. Hm. Ja. Wir finden weder ein noch aus... Und auch nicht weiter. Das ist sehr traurig. Hier, damit beende ich das Let's Play für immer, ne? Weil wir finden hier nie mehr raus und so, ne? Tschüss, bis denn... Nein, Spaß. Was haben wir denn hier? Waren wir hier gerade eben schon mal? Ne, ne? Die hängen Fackeln, also gehe ich mal stark davon aus, dass wir da schon waren. Nein, ich meine es gerade eben jetzt hier in der Aufnahme schon. Hm, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oh, da ist Eisen, das nehm' ich mal mit. Ich puddle ihn mal ein bisschen weiter. Das... Ja, hab ich jetzt mal ein bisschen Eisen mal nebenbei gefunden. Wie geil. Ja. Hm. Mal eben hier das Eisen aus der Wand kloppen. Das geht ja fix hier. So, dann... Gehen wir mal da hinten lang eventuell. Boah, ich weh'set nicht. Ich auch nicht. Ich geh mal ein bisschen Grapple weg, weil hinter Grapple versteckt sich ja gerne mal was. Sag mal, das gibt's aber nicht, oder? Ja, ja, das erinnert mich nur zu gut. Dieser Mist. Joa, ne? Okay, ich find' ne Spinne. Wenigstens haben wir hier ein paar Kreaturen. Ne, ich glaub, das ist bestimmt, weil ich gerade hier über Kies gelaufen bin. Ne, es war ne Spinne. Ah ja. Weißt du die nicht? Ja, doch. Das hör ich so. Oh, ja direkt hier irgendwo. Ja. Boah, wo ist du? Wo, wo ist du? Oh! Oh, oh, oh. Oh, hier ist Wasser hinten dran. Ähm, ich hab was gefunden. Da ist ein Skelett. Oh, nee. Oh, scheiße. Ich will grad drauf. Ich muss das schön in die Hose machen. So wie es für dich so vieles Player... Ach, hier oben ist die Spinne. Genau. Die ist schon mal weg. Und das Skelett... Ach, die ist hier unten. Ach, guck mal an. Guck mal her. Ja, hier ist ein riesen... Gut, ich weiß nicht, wie riesig das sein wird. Keine Ahnung. Alter, was war denn das? War da doch ein Creeper? Hab ich gar nicht gesehen. Aber hab auch nicht... Ich hab's nur gehört am Ende. Wollen wir hier direkt mal fett ausleuchten hier. Oh, da vorne ist nochmal eine Spinne. Und da oben ist nochmal eine. Ja, es kann sein, dass hier ein Spinnenspawn irgendwo ist. Das würde mich sehr freuen. Irgendwann verkriecht sich nämlich noch einer. Und da oben geht's auch... Nee, da geht's nicht mehr lang. Aber hier... Oh, noch ein Creeper. Na, du? Na, kleiner Mann. Ja, super. Meine Schläge gelten nicht, oder was? So, irgendwo hab ich hier doch noch eine Spinne gesehen. Da, ich höre sie. Ja, da haben wir eine Fledermaus. So ein kleines, süßes Ding. Hier haben wir noch eine kleine Wasserstelle. Oh, schon wieder ein Creeper. Gibt's doch nicht hier. Calm. Okay, also hier... Hier geht's... Oh, hier hinten. Oh, hier hinten. Was ist da? Da höre ich einen Zombie. Irgendwo hier ist ein Zombie. Ja, den hab ich halt eben schon mal gehört. Und eine Spinne. So. Wurden wir uns mal wieder hier ein bisschen durch. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Zombie, Spinne, wo bist du? Na, unten. Da ist auch nix. Zombie. Spinne. Wo seid ihr? Na, wenigstens Eisen. Boah, wo sind die Viecher? Und vor allem war's das jetzt schon wieder... Oh, da unten ist auch noch mal. Hast du schon komplett fertig erforscht hier, wo du lang gelatscht bist? Da unten ist es fertig. So, wenn wir jetzt wüssten, wo die hier sind... Da hinten seh ich aber nochmal wieder was. Ach, guck mal, guck mal hier oben. Komm mal zurück. Oh. Oh, 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 oh. Da würde ich doch mal sagen. Pass mal auf, hier. Machen wir doch mal den hier. Da mach... Da mach ich gleich mit. Ja, ja, komm du mal her. Okay, die ist futsch. Hast du ja gerade tief Ledermoske kehrt, oder was? Nee, geht das? Ich glaub, das geht gar nicht, oder? Äh, da kommt ein Creeper. Aufpassen, Dreck. Nein. Okay, dann war noch harmlos. Nicht groß was passiert. Ich hab ein bisschen weggeboxt noch. So, ich weiß, da war Eisen und so. Das lass ich jetzt aber mal eben liegen. Äh, weil da schon wieder ein Creeper ist. Ach, da ist das Zombie. Na, guck mal her. Irgendwo höre ich hier einen Slime. Sind Slimes nicht normalerweise nur in Minen? Nee, glaub ich nicht. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Wenn wir neu. Ich hab irgendwo mal gelesen. Die hast du, glaub ich, nur auf einer gewissen Tiefe. Aber dass die jetzt nur... Das kann ausweilen. Dass die jetzt nur... Ich mein, die Slimes gab's ja schon vor den Minen, ne? Ja? Ja, ja, die gibt's ja schon länger. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Die gibt's schon länger. So, okay, da ist schon wieder Schluss. Hier hast du alles erforscht jetzt? Nee, noch nicht. Bei mir gibt's noch eine Abzweigung. Nee, die hab ich gerade gefunden. Mit einem kleinen Grafik-Bug. So. Ja, Lava ist auch hier massig irgendwie. Was für ein Level haben wir hier gerade eigentlich? Oh, 45. Ich war eigentlich relativ hoch. Oh, Entschuldigung. Boah, ich dachte, was ist das denn jetzt? Hast du mich verjagt? Oh, ich brauch wieder was. Ich muss wieder was zu essen haben. Nee, da scheint's nicht weiter zu gehen. Nee. Hier, guck ich mal weiter, weil hier ja... ...irgendwo die Lava sein muss. Genau. Wieso? Lava ist doch hier. Die ist doch da. Ja, ja, aber ich wollte mich mal dran vorbeibuddeln, ob da irgendwo hinter was ist, weißt du? Ach so. Sieht aber nicht danach aus. Boah, scheiß, fast die Lava gerade gefallen. Boah, der rutscht mir echt... ...das Ding weg. Da drüben geht's noch weiter. So, machen wir das Eisen hier aus der Wand. Also eigentlich aus der Decke, wie auch immer. Ist ja wurscht. Ich hab immer voll Schiss, wenn ich an der Lava arbeite. Also hier irgendwie rumhandt hier. Weil ich da reinfahre. Das wäre ein riesen Abfuck, wäre das. So, nee, also da scheint's nicht weiterzugehen. Ach, schade, okay. Ja, dann wollen wir sagen... Ich würde sagen, geh mal wieder runter. Weil da hinten hatte ich auch noch was entdeckt. So, das ist meiner. Ich stell mich einfach mit drauf. So. Hier nämlich, hier ging's nämlich noch hoch. Ach, die kann man tatsächlich schlagen. Bekommt man was von denen? Nö, ne? Ne, ich mein maximal EP oder so. Okay. Ach, hier sind wir wieder. Auf dem Weg zu unserem Dingens. Nö, die geben gar nix, so wie es aussieht. Oh, ich hör... Ah, ich seh den Schleim. Hallo, Schleimi. Und ich erinnere mich, was ein Popel droppst, du. Ist das irgendwo noch einer? Ich hör ihn. Aber ich seh ihn nicht. Ich seh ihn. Alter. Da oben. Ist das ein Fettklops? Und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sterben. Sollt ihr sterben? Sollt ihr alle sterben? Sterben. Weg ist er. Und fünf Popel. Hallo? Darf ich mal hier das rücken? Gut. So, hier ist nix. Ja. Ich muss auch geschehen, ich hab total verpeilt auf die Uhr zu gucken. Ja, ja, das kenn ich auch. Was ist denn da oben? Ist das Eisen, oder? Ah, das ist leider nur Eisen. Schade. Die Eisenbahn 34 hab ich jetzt gerade in der Tasche. Da war auch noch Eisen. Was hab ich in den Eisen einsteckt? 29. Was war das? War das ein Spinner? Was? Was hab ich da gehört eben? Ich hab nicht ein Mikrofon gepustet. Nee. Das mein ich nicht. Achso. Nü, nü. Was ist denn hier? Nichts. Ist auch nicht weiter, Mensch. Hier haben wir vorhin hier, äh, den Zombie gesucht. Mhm. Hm. Ja. Und nun? Wie sind wir eigentlich hier reingekommen? Ich glaub von hier. Boah, ich riesig. Nee, du bist hier hoch. Nee, von da sind wir gekommen. Von hier. Ah, genau. Genauso war das. Da sind wir durch. Aber wo jetzt lang? Kein Plan, ey. Da oben waren wir auch schon. Da waren wir schon. Da unten waren wir schon. Ich geh jetzt mal nach oben. Mal sehen, ob da, was da so auf uns wartet. Ausdruck. Ja, merci. Bitteschön. Ach, jetzt hast du mir das so zugebaut, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Nein, da kommst du hoch. So. Da ist nix. Nö. Das ist immer wieder in der einen Dingens. Ey, das ist doch doof, ist das. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Und vor allem, irgendwo muss ja hier der Ausgang sein. Ach, hier ist die Basis wieder. Ja, ja. Wo geht's denn hier lang? Ach, da geht's hin. Oh, ist doch. Ey, das ist doch ätzend, ist das. Kotzen können die kotzen. Wo wollen wir hier lang? Wo wollen wir hier lang? Hoffentlich machen wir so was neuerem. Ich wage es zu bezweifeln, so wie... Oh, hier geht's steil bergauf. Hier ist es. Da ist es. Ich hab die Stelle gefunden, lieber Garon. Hast du? Ja. Okay. Aber ich mach mir mal eben ein paar... ...Fackeln. Da fackel ich nicht lang. Gott, war der schlecht. Hier geht's weiter, da geht's weiter, überall. Geht's schön hier rund geht's hier jetzt. Guck mal an. Wow. Das ist ja viel. Ey, Scheiße. Ich hab mir von der Ecke hier so viel versprochen. Ich hab selber nicht reingeguckt, sondern einfach nur, ähm... So gesehen. Oh, schwarz. Da ist auch schon Schluss. Nee, ne? Ja, doch. Heißt das, weil wir jetzt die ganze Hulde schon erkundet? Nee, glaub ich nicht. Wie gesagt, wir sind da mal... Ziemlich am Anfang war das noch... Gab's, glaub ich, mehrere Abzweigungen. Da hab ich ja noch gesagt. Hier, guck mal, da geht's lang, da geht's lang. Wir finden ja den generellen Rückweg gar nicht mehr. Ne? Ja. Weil... Ich hab doch wieder einen Schleim. Der ist ganz schön nah. Jetzt nicht mehr. Hier ist auch noch rein. Wo bist du denn? Ähm... Ah ja, ich seh dich. Ah, ich seh dich auch. Hallo. Das ist das ganze Eisen liegen hier. Ja, ich leuchte immer erst aus. Das ist natürlich nur eine Ausrede. Aber dürft ihr nicht sagen. Ja, ich hab's schon gemerkt. Scheiße. Ja, ich hab auch in einem Kommentar jetzt gelesen, ähm... Ich solle wohl nicht mehr so komisch lachen. Also irgendwie so... So eine fiese Lache machen oder sowas. Keine Ahnung. Ich hab das jetzt... Ich hab das jetzt... Was? Wer schreibt denn sowas? Was? Wer schreibt denn sowas? So ein Mist echt. Ja, der sagte... Der sagte wohl, das macht dem, äh... Angst. Hab ich gesagt... Hab ich mir gedacht. Okay. Das macht ihm Angst. Ja, ja. Ah ja. Meine Lache macht anderen... Meine Lache macht anderen Leuten Angst. Okay, ähm... Boah, ich höre den Schleim nicht schon wieder... Oh, die Kohle. Ich kann sie nicht mehr sehen, ne? Hier hast du überall Kohle. Aber wirklich überall. Boah, ich hätte hier... Ich hätte hier gerne überall einen Ausweg. Hier geht's fast senkrecht nach oben. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir... So etwas ähnlichem auch... Ach, hinuntergestiegen sind. Also hier ist eben ein Slime. Oder zwei sogar. So wie das klingt. Ja. Nur wo sind sie denn? Das ist... Das ist mehr wie einer. Da hinten, da hinten, oder? Ach, das sind nur diese... Das sind nur so kleine... So kleine Kacker hier. Oh, Alter, da unten. Wo ist der zweite? Boah, ich bin echt so doof, da hoch zu klettern. Boah. Lass uns diese Viecher finden. Das nervt ja tierisch, Mensch. Da oben tropft irgendwas runter. Die sind über uns hier. Oder ist das Wasser da oben? Wo tropft denn da was? Bei mir tropft... Ist das denn das nicht? Achso, ich hab die Partikel ausgestellt. Ich seh' ich gar nicht, wenn was tropft. Tropft was runter. Ah ja, siehste, da kommen sie runtergefallen hier. Die sind alle da oben. Boah, wie viele? Ja, ja. Alter. Was ist denn da los? Na, Jungs, kommt doch runter. Komm her. War kein Poli-Party oder was da los? Der passt hier gar nicht durchs Loch durch. Da sind total viele da oben. Ja, ja. Ups, da hab ich hier Papier vor Freude weg, wir Frauen. Oh, scheiße, ich muss das essen. Mensch, springt doch nicht immer von dem Loch weg hier. Jetzt fall mal runter. Komm, spinnen. Ey. Entschuldigung. Oh. Noch ein Schlag und ich bin tot. Boah, scheiße, die haut mich ja auch alle weg. Boah, ich hätte jetzt... Wie gern ich jetzt eine Splittergranate hier werfen würde. Ja, hier geht's rund. Echt Party der Wackelpuddings. So, da oben geht's auf jeden Fall weiter. Ach, guck mal, hier ist die Oberfläche. Wir sind im Freien. Ja? Ja. Da will ich aber noch nicht. Das ist doch schön. Vor allem hab ich vergessen, wo die Dingens ist. Da wird's mindestens mal ein Ausgang gefunden. Ja, warte, ich wurde... Hier hinten geht's auch noch weiter. Ich arbeite mich mal eben hier ein bisschen hoch. Aber dass die Slimes so dicht an der Oberfläche sind, das wundert mich jetzt ein bisschen. Wir sind hier in einem Sumpf. Auf jeden Fall... Ich glaub, das ist sogar der Eingang, oder? Weil hier sind auf jeden Fall Fackeln hier oben. Da hinten im Eck. Also ich... Ja, das ist gut möglich. Hier sind auch Fackeln. Das ist der Eingang, hey. Das ist auch dieser... Dieses Loch, wo wir dann runtergegangen sind. Und das ist das... Der Eingang! Hier sind wir rein. Also, da würde ich sagen, wir haben... Deine Höhle ist so ziemlich erkundet. Aber hier hinten geht's noch... Wo geht's denn dahin? Also, da würde ich... Dann würde ich... Oder das würde ich...